Servus liebe World of Warcraft Freunde, willkommen zurück zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute mit dem Guide zu Skam, dem sechsten Boss aus Aberus, dem Schmelztiegel der Schatten. Bevor wir in den Killtry gehen oder in das Killvideo, will ich euch noch kurz ein paar Sachen zeigen anhand des Raid Plans. Ich habe euch da mal kurz was aufgemalt und zwar geht es um die Positionierung des Bosses. Wir gucken uns kurz die Mythisch Änderung mal an oder sprechen sie kurz durch. Das wichtigste ist eigentlich, der Boss spawnt auf mythisch 4 Traps, davon 2 unter sich, 2 random im Raum. Der Boss spawnt 4 Golems, 2 eher immer in der Nähe des Bosses, 2 weiter weg im Raum. Das ist ziemlich wichtig. Dazu, wenn er Tactical Destruction, also taktische Zerstörung wirkt, aktiviert er immer die drei nächsten Statuen von ihm. Also wird noch mehr Platz im Raum eingehüllt. Das ist wichtig und ja, letzten Endes, eine Änderung gibt es noch mit diesen kleinen Kreisen, die manche Spieler um sich haben und zwar werden die dann mit Strahlen beschossen, trefft ihr zweimal hintereinander oder werdet ihr zweimal hintereinander von Strahlen getroffen. Also vielleicht erst eure, dann die von dem Mitspieler, dann sterbt ihr, weil ihr 500% mehr Schaden kriegt. Also das ist wichtig. Aber das Wichtigste ist eigentlich, wie ihr den Boss spielt und bewegt. Ich zeige es jetzt mal grob an. Ein bisschen was seht ihr dann aus aus unseren Videos. Hängt auch immer viel davon ab, wie diese Random Traps spawnen. Ab Mittwoch wird der Boss extremst genervt, im Sinne von die Traps spawnen immer bei ihm. Also damit wird der Boss um ein Vielfaches einfacher. Wir haben es jetzt geschafft, ihn noch zu legen, aber ihr wollt, der Boss startet in der Mitte bei Pull. Ihr fangt dann an, ihn zu Mond zu ziehen. Also ihr wollt, dass er immer zwei Fallen aktiviert, beispielsweise Mond und die daneben. Dafür muss der Boss ungefähr so stehen. Also da fangt ihr an. Dann geht ihr mit dem Boss hier unten rum, bis hier unten alles voll ist. Vor der ersten taktischen Zerstörung geht ihr zu Lila. Das hat den Grund, die drei nächsten Statuen werden aktiviert. Also eins, zwei, drei. Der untere Teil des Raumes ist dann weg und ihr lauft mit dem Boss hier hoch. Zu dem Zeitpunkt spawnen dann auch Golems. Da ist es wichtig, wir haben den Boss mit drei Tanks gespielt. Einer davon war Decay, damit wir diese Golems grippen konnten, stunnen und so weiter und so fort. Dazu kommen wir aber gleich noch. Wenn ihr dann hier oben seid, dann bastelt ihr hier oben alles mit den Fallen zu und so weiter und so fort. Und ab da wollt ihr immer, bevor die taktische Zerstörung kommt, hier stehen auf Rot, damit diese drei Statuen aktiviert werden und ihr lauft dann als Raid mit dem Boss hier runter. Und danach, taktische Zerstörung rum, guckt, weiß nicht, hier ist vielleicht noch frei, platziert ihn da für die Bomben, dann wieder zu Rot und so weiter und so fort. Das zum grundlegenden Ablauf. Und eine Sache, die noch wichtig ist, ist, wenn der Boss hier oder wenn ihr hier steht, ihr wollt immer den Raum zwischen hier ungefähr und hier frei halten. Also in dem Raum ist es super, super wichtig, dass da die Traps gecleared werden, weil das ist der Raum, wo ihr immer hinlauft, weil diese Hälfte komplett voll ist dann mit den Fallen. Aber genug der Theorie, gehen wir in den Boss rein. Also ihr habt es dann gesehen, wir haben dann 3 Tanks, 4 Heiler und 13 DDS. Ihr fangt, wie gesagt, in der Mitte an, zieht ihn dann zum Mond und da sollen die ersten Fallen spawnen. Also das Ziehen habt ihr jetzt schon mal grob gesehen. Wichtig ist immer, genauso wie auf HC, stellt euch so, dass wenn der Rückstoß kommt, ihr nicht in eine Falle fliegt. Das kann mal passieren, hinterlässt aber einen Dot und der Schaden hier, den ihr während des Kampfes bekommt, wird ziemlich, ziemlich eklig. Genauso kommen wir gleich noch auf die Neuerungen, wenn ihr so einen Kreis um euch habt. Das seht ihr gleich noch. Jetzt haben wir das erste Mal Golems beleben. Ihr seht, die Nahen werden rangegrippt, volles Brett drauf. Also jeder sollte da drauf schwenken. Wir haben zwar auch ein paar Spieler, die explizit mehr für Golems eingeteilt sind, aber jeder Spieler muss da drauf und helfen. Dann sterben die hoffentlich relativ schnell und hier seht ihr jetzt die instabilen Funken. Die haben wir so gemacht, dass sie sich möglichst seitlich stellen, dass die strahlen. Und das ist die Mythic Mechanik. A, keine anderen Spieler treffen, B, nicht mitten in den Raum. Für jetzt, wenn ihr einmal getroffen werdet, kriegt ihr danach für die nächsten 30 Sekunden 500% mehr Schaden und müsst auf jeden Fall vermeiden, nochmal getroffen zu werden, sonst sterbt ihr. Was die Bomben in diesem Fight angeht, die machen natürlich auch mehr Schaden als auf Normal und HC. Da seht ihr teilweise unseren Parler-Tank durch den Raum reiten. Deswegen auch drei Tanks, weil wir einen Tank haben, der nur für die Bomben verantwortlich ist. Also der rotiert dann seine eigenen CDs durch, lässt sich eine Bob geben von einem anderen Parler und so weiter und so fort und macht damit die Bomben. Ansonsten wiederholt sich das alles, aber es wird halt hinten raus extrem viel schwieriger, weil ihr super, super wenig Platz bekommt. Jetzt instabilen Funken wieder, die Bomben werden gesoakt und wenn die zweiten Golems kommen, wollt ihr auf X stehen, um jetzt die taktische Zerstörung zu baiten. Und auch hier wieder gehen wir mit einem Gateway nach unten. Da kommt jetzt auch direkt dahinter ein Knockback. Und da ist es jetzt wieder super wichtig, dass die Golems alle gestackt werden. Ab 50% können diese nicht mehr gestunt werden. Also es ist wichtig, dass ihr vorher Stunts draufhaut, CCs und so weiter und so fort. Da haben wir vorher extra Spieler für eingeteilt. Und dann müssen sie schnellstmöglich sterben. Falls sie doch mal an eine Falle kommen, machen sie halt diesen paar sekündigen Cast, dass sie die Falle aktivieren. Das könnt ihr kicken, solltet ihr auch. Es darf auf jeden Fall nichts durchkommen. Und jetzt seht ihr, wir halten diesen Korridor frei und ziehen den Boss halt immer dahin, gerade wo noch möglichst viel Platz ist, um die Fallen abzulegen. Es seien vorher vier Spieler, die die Golems aufsammeln, wenn sie tot sind. Damit könnt ihr ja Fallen wegnehmen. Und wie gesagt, ihr müsst die auch nicht sofort benutzen. Ich glaube, das hält eine Minute. So kann ein Spieler immer noch mal halten, falls euch irgendeine Random-Falle euren Weg versperrt. Aber nach Möglichkeiten nutzt ihr alle Fallen, die in diesem Korridor zwischen X, Orange und Blau da unten liegen. Dann Golems wiederbeleben. Wir kriegen jetzt gleich taktische Zerstörung. Dazu stehen wir wieder alle auf X. Golems kommen. Und dann beginnt dieses gesamte Spiel, wie wir es eigentlich schon hatten, von vorne. Nur dass wir uns diesmal jetzt immer mit dem Rückstoß, also den der Boss macht, Richtung Orange nocken lassen. Also dahin, wo wir den Boss wieder spielen wollen. Es wird natürlich immer kniffliger mit diesen instabilen Funken. Deswegen haltet euch wirklich dran. Die Spieler, die die Dinger haben, gehen möglichst zur Seite. Alle anderen Spieler können da auch ein bisschen mit aufpassen. Oder sollten sie auch, dass sie da halt nicht mit drinstehen. In diesem Fall muss halt einfach jeder seine Augen aufmachen. So wie hier jetzt zum Beispiel. Seitlich hat man jetzt nicht mehr so viel Platz. Also einfach ein bisschen achten, wo gehen die Strahlen nicht hin? Wo kann man sich hinstellen? Und jetzt hier die Tanks ziehen den Boss halt dahin, wo noch keine Flächen belegt sind durch die Fallen. Weil, wie gesagt, der Boss aktiviert auf jeden Fall die zwei im nächsten Fallen. Und so kann man sich den Platz dann Stück für Stück zubauen, den man nicht mehr braucht. So, jetzt instabile Funken. Das zum Beispiel ist immer ein ganz netter Spot, wenn im Hintergrund die Fallen sind. Weil da steht mit Sicherheit niemand hinter euch und kann davon getroffen werden. Vierte Golems. Auch hier gilt wieder, wir lassen uns vor der taktischen Zerstörung mit dem Knockback wieder in die alte Richtung kippen. Aber es ist immer weniger Platz. Es sind wieder die Golems am Start. Und das ist super, super wichtig, dass die jetzt funktionieren. Also, ran grippen. Zwei Dekars sind eigentlich schon fast Pflicht. Danach Stunnen, umholzen. Wie bisher auch schon im Fight. Und jetzt seht ihr, die vier Golems sind down. Deswegen ist es auch so wichtig, dass die sterben. Nicht nur, weil sie random Fallen anmachen, sondern weil wir sie jetzt halt auch brauchen, um diese Fallen zu clearn, die hier in unserem Weg liegen, den wir normalerweise gehen wollen. So haben wir jetzt hier in der Mitte des Raumes und bei Rot wieder ein bisschen Platz. Rot solltet ihr euch auch auf jeden Fall frei halten. Jetzt wieder der Rückstoß. Nicht knocken lassen in eine der Fallen. Und je nachdem, wie viel Damage ihr habt, bekommt ihr vier bis fünf Golems. Ich glaube, bei uns sterben sie jetzt oder stirbt der Boss vor den fünften Golems. Es ist hinten raus richtig ätzend. Aber wenn ihr gutes Platzmanagement habt und das muss man tatsächlich auch sagen, wenn ihr viel Glück mit dem RNG habt, wie die Random Fallen spawnen, wobei das ist ja dann ab Mittwoch nicht mehr, dann lässt sich dieser Fight bezwingen. Damit auf jeden Fall danke an euch fürs Zusehen. Ich hoffe, ich konnte euch helfen. Wenn ja, lasst sehr gerne ein Abo da. Und da musste ich sogar selber lachen, weil wir ehrlich gesagt nicht damit gerechnet haben, dass wir den Boss gleich an dem Abend legen. Es war unser zweiter Try unter 20%. Naja, wenn ihr mehr von unserem Progress sehen wollt, gerne reinschauen auf twitch.tv slash g6gaming. Ansonsten für weitere News auch auf meinem Insta-Profil anschauen. Link in der Videobeschreibung. Bis dahin, habt eine gute Zeit. Reingehauen.